Hallo Leute, willkommen zu heute in einer Folge LS19, äh ne, LS2, hier mit mir im Video-Stay, Hallolüntag und Mahlzeit. So, ich sage, wir fahren mal los. Und ja, wir fahren jetzt heute mal in Multiplayer, deswegen auch kein Schnee. Und vielleicht später, wir können ja bis jetzt... Nein, ich bin aufgegangen, leider, gerade. Weil sonst hätten wir auch schön ein paar Kontrolle fahren, sagen können. Oh, aber das wäre nicht so sehr, dann habe ich noch fahren. Jetzt muss unser Anbieter ganz anhalten. Kurz stehen bleiben, was grün ist. Jetzt kann ich kurz kurz selbst antworten. So, und weiter geht's. So... So... ... 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 das so machen das ist ich dann so halte ich probiere zurück zu zahlen dass wir LKW behalten können um nicht den letzten LKW noch mehr zu zahlen zu müssen das war natürlich für Ultimate-Paket im Start, wir haben zwar jetzt nicht die 4-Lackierung drauf wie man hier sieht, kein orange, sondern so ein grün, einfach das klassische standard grün von dem LKW, da die Lackierung die wir drauf hatten, die Burn-in-Gemass-Lackierung funktioniert, deswegen ist es ein bisschen doof, aber ich kann nichts erinnern ich hoffe, dass wir so ein bisschen Geld verdienen können, der Auftrag hier gibt uns jetzt 40.000 Euro, also könnten wir arbeiten gut, also wir und aus dem da draußen rauskomme ich schon schön das wäre mir nämlich schon ziemlich ziemlich wichtig ich merke auch jetzt die Bremse nicht funktioniert, ich habe die Bremse nicht umgestellt durch den Schnee funktionieren, funktioniert nicht so gut hier ist alles weggetan scheinbar, Multiplayer halt rosa nicht mehr so das ist frei jetzt nehme ich ruhig auf den Straßen ohne Verkehr wirklich ruhig wenn wir jetzt mal Richtung Deutschland kommen, ich bin jetzt nicht ohne Autos weil ich habe keinen Bock mit Autos, dass nachher ein Auto reinfahren dann ja ich habe keinen Bock drauf gehabt, deswegen bin ich auf Euro 3 unterwegs und ja ich hoffe, dass alles gut geht ich hoffe, dass alles gut geht auf jeden Fall mal gucken, dass wir den ganzen Grid aufgenommen kriegen und dann halt alles zurückzahlen zu können um zunächst ins Plus zu kommen und die Grid weiterzahlen zu können am besten auch um zurückzuzahlen dann müssen wir 400.000 Grid kriegen, das werden wir nicht kriegen das schaffen wir nicht wir haben keinen 4.000 Grid, das werden wir nicht kriegen, das schaffen wir nicht wenn wir nicht wir haben wir sind ja auflegen 100% das ist mir in Ordnung das ist mir alles recht wer weiß, bin ich gerade hochladen ja ja noch ein neues Projekt aber wieder wenigen Folgen war ja für lange Folgen es dauert jetzt schon richtig der Upload das Video hat 11 GB, das ist ein zweites was kommt das erste bin ich zum Hochland, das hat ungefähr 9 das zweite geht 45 Minuten, das hat 11 GB ich habe vergessen lange Videos sie müssen aber naja ist halt so das Wochenende ist halt, dass es mir am längsten dauert wenn man nicht viel Zeit hat kann ich mal aufnehmen, aber du kannst mehr aufnehmen als Wochenende aber Fakt also wird jetzt um sein Internet Outs genutzt, was wir haben so gewesen sind es keine nicht ausnutzungs-Internets also wenn jetzt hier Richtung rechts abgewogen, wir in Richtung Norden hoch da haben wir immer mehr los Richtung Norden ist das so in Köln da gibt es immer richtig viel los im Regelfall hier trifft man selten mehr auf der Autobahn da ist immer ziemlich leer Entschuldigung ich habe auch mal heute noch fertig für die Sorge auf jeden Fall da gucken wir uns jetzt schon sind seit 10 Minuten ja mal gucken wir mal fertig machen um das entschuldig zu kommen da ist das Problem das sind die 13 Zinsen wenn wir jetzt mit der Fahrt wieder ausfallen hätten wir vielleicht so knapp ausfallen das hat wieder Null macht heute aber die Sparaturkosten bei den Lgb die Spritkosten das ist alles teuer das ist alles teuer das denke ich jetzt schon lustig den Kredit abzugezahlen komplett wenn ich dafür noch 9 aufnehmen ist dann mir auch noch egal Hauptsache so viel möglich wäre abgezahlt das wäre jetzt ziemlich ziemlich richtig ja völlig gemütet perfekt ich weiß nicht ob ich gemütet bin 10,50 % der Fahrt fertig so nein ich blieb wir sind in allem unterwegs das ist sehr kurvig dum 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 da 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 Aktion kippen mal gucken wir jetzt genau ob man sieht sieht so im Verkehr ist jetzt praktisch so zu fahren Aha Innsbruck-Auflieger aus Innsbruck Boah gerade Seitenlage unfassbar hab mir ein bisschen verschnupft ein bisschen ich will Gas geben ich bin mega frisch essen deswegen muss ich Gas geben deswegen muss ich Gas geben also in die Kurve zu kommen ist nicht so schwer ich kann auch in die Mautze ich kann auch in die Mautze ich kann auch in die Mautze ganz kalt meint grönt sie leider hallo grönt sie x hallo x ist die funktaste x 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 grüßen sie so cool aber es grüßen euch nicht kann mache ich halte ich hallo der direkt als maul jura als selber sehr ich nicht nett von den leuten sind leichter leichter Ich bin da. Ich bin da. Venedig. rechts passt hat ja knapp sehr knapp soweit dabei dabei hallo das ist einer kollege ein kollege von uns benedict ja bisschen zugelenkt nach da noch ok so passt die ladung ab ja passt das ist eine ordnung 30.000 vollkommen mit einem fähigsteilspunkt scharf tasten teilen fahrraden noch mal fahrrad was kraftstoff Aber Leute, ich würde sagen, wir sind fertig, Freunde. Wenn euch gefallen hat, lasst doch noch oben da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis dann und ciao, ciao.